heo leute willkommen zurück zu einer neuen folge von gears of war 2 wir sind in der lotus festung warte kurz so wir sind in der lotus festung und finden jetzt einen weg in den palast der königin so gehen wir hier hoch erst einmal und es ist keine tür die wir auftreten können schade ich habe ehrlich damit gerechnet dann kann man nicht von da keine ahnung anscheinend nicht ja also geht es weiter da unten ist eine schießerei schießerei gegen wen schießen ja dann helft immer war war die könnten echt gefährlich werden ich bin in stücke gerissen worden wo bist du hallo diese schweine da kommt mal einer bitte runter ja einer ist dauernd bleibt noch einer gegner werden noch mehrere sein scheiße ja so jetzt nur noch klein ja ich war jetzt selber etwas ja ich bin gerade stehen gerade sehr gut zusammen ja 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 ich habe so benutzen wir den hebel um die deckung zu senken höll so munition für uns für das kettensägenmaschinengewehr äh ja was habe ich hier ja was bringt uns das jetzt ach da die treppen jetzt können wir die treppen runter so ja was ist das so hey dom fasst das bloß nicht an vielleicht kriegst du davon rostlungen oder so ich weiß nicht sieht irgendwie krank aus ja du hast recht jetzt mal langsam die normalen lokust kämpfen gegen die leuchtlokust ich dachte die sind alle auf der gleichen seite hab mich schon gefragt warum wir so erfolgreich waren das erklärt die verzweifelten überfälle sie verlieren ihre eigene domäne an die leuchtenden ja wer die leuchtenden sind das weiß ich jetzt gerade nicht ja alle mann entdeckt ihr seid oha oha ja alle mann entdeckt gib ihn zwei stück von dem scharri 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 eins down ein nerven down und der nächste down sehr gut der nächste nehmen wir uns doch mal die gettlingern ne oh okay wir sind etwas langsam damit äh ah schaffen wir noch einen zweiten krieg ja na zum glück sonst hätten wir vielleicht nie so lange ohne hilfe durchgehalten hinter euch ja wie wo da oder ja da hinter euch hinter dir meine güte ach ne ich bin ehrlich irgendwie ist die kacke die waffe ich gehe mir zu langsam so da ist doch eine tür offen wer gut Äh, ach so, der ist... Ist der erledigt, der mit dem Flammenwerfer? Also, ich hoffe es mal. Du, 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 du. Wo ist einer? Where are you? Äh, schießt du denn hin? Oh, da schieß ich ja noch besser. Oh. Oh, ja. Oh, hä? Wirbt noch einer? Jetzt nicht mehr. Ach, die Nase hat gejuckt. Da ist die Tür aufgegangen. Also brauche ich diesen Hebel nicht zu betätigen. Dieser Hebel wird nicht in Gebrauch genommen. Wir gehen mal wieder. So, ist er, nein. Man atmet ja schwer. Ja, nee. Oh, hä? Hier sind noch mehr. Ja, ich seh's. Schnell in Deckung. Oh, hä. Kurz, wa? Ja, such dir eine eigene Deckung. Los geht's. Go, go, go. Oh, nein. Steh da. Steh da. Ja, auf wem schießt man jetzt? Ha! Ah, meine Stelle. So, ha, Sani, Sani, schnell, der zermatscht mich, der zermatscht mich. Und noch eine. Cowan! Cowan, nein, stirb uns nicht weg! Oh, Cowan. Nein, 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 wir sind, ähm, ja, untergegangen. Ja, das probieren wir noch mal. Ich dachte, Cowan wäre der Einzige, der noch lebt. Ich weiß auch nicht, warum. Nee, aber Cowan war einer, der noch, ähm, gestorben ist. So. Brauchen wir nicht. Tür geht von der Lane auf. So. Ich glaube, jetzt warte ich einfach hier oben. So. Die müssten ja jetzt eigentlich hochkommen. Ja, da höre ich doch was. Da. Direkt rausballern. Hier sind noch mehr. In der Kopf. Ach. Hilfe. War ja ein super Anfang, war ja ein... Nee. Echt toller Anfang. Super, ich kann nie mehr. Ja, so geht das hier ab. Jetzt geht die Tür wieder auf und... Und dann öffne dich. Da ist so oft von... Beziehungsweise geht auch... So. Die kommen hoch. Probier ich's mal hier einfach. Einfach probieren. Alle in Deckung gehen. Hier sind noch mehr. Und Feuer. In Deckung. Scheiß nicht, ob ich mich zuerst... Boah. Äh... Die sind alle... Nicht in der Mitte. Nee. Boah, Zecke. Boah. Boah. Hilfe. Ich bin jetzt mal da unten in die Bombe, wenn ich sie treffe. Der hat ja richtig viel Schaden an die Richte. Ah, das war schlecht geladen. Diese Pissmelke mit dem Scheiß... Weiß ich nicht was, ne. Scheiß. Pistolenarmung. Das ist millionsfall. Boah. Coal. Halt durch. Ich muss da jetzt hin. Ich muss da jetzt einfach hin. So. Ja. Weg hier. Da wusste ich's doch. So. Und jetzt die Achtung. Jetzt kommt die Achtung. Ah. Schauen, schauen. Kipp um. Also nicht ich. Nein. Gleichzeitig umgekippt. Nein, er beliebt ihn wieder. Schnell. Tötet ihn. Heilt mich und tötet ihn. Hallo. Halt mich. Sani. Hilf mir. Ja. Und ich erst. Hey, diese Leuchta-Arsch-Lokos kommen. Ziel erfasst. Okay. Siehst du das auch? Ja. Das ist etwas creepy. Nur noch 22 Schuss. Habt ihr gesehen? Ei, 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 ei. Weiter, Baby. Verlängerung. Oh. Aber cooles Bild. Auf jeden Fall. Das ist mal ein geiles Bild. Das, äh, fand ich cool. Ja. Endstation, Jungs. Endstation, Jungs. Hier mache ich Pause. Weil unsere 10 Minuten sind wieder rum. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.